Das Markenzeichen Burgenlands schlechthin, sei es auf den Schildern der Autobahn, auf Flyern und Broschüren oder auf der offiziellen Seite des Landes, die burgenländische Sonne, sticht ins Auge und bleibt im Gedächtnis. Nun sollen auch Winzer, Gastronomiebetriebe oder Zimmervermieter diese Standortmarke als Gütesiegel nutzen können. Weil es hier ganz einfach qualitätsvoll zu leben ist und das auch mit der Begrifflichkeit in weiterer Folge oder der Claim in weiterer Folge mehr Qualität für dein Leben. In den verschiedensten Lebensbereichen von Kindererziehung bis zur Betreuung in Seniorenzentren ist das Burgenland und bitte das Burgenland besonderes. Und da wollen wir auch diese Menschen ansprechen, die möglicherweise sich dazu entscheiden, ins Burgenland nicht nur touristisch zu kommen, sondern auch in Burgenland zu wohnen. Die Lebensqualität des Burgenlands ist sehr hoch und soll noch mehr hervorgehoben werden. Das Burgenland ist ein interessantes touristisches Ziel, das viel Genuss bringt, aber auch das Wohnen, Arbeiten und Leben ist zu genießen. Das ist das Ziel der Marke und des Claims, mehr Qualität für mein Leben. Viele Bundesländer wie beispielsweise Südtirol haben es bereits vorgemacht und eine Marke etabliert, welche zu Verlässlichkeit und positive Assoziierungen führt. Eine Marke, die gibt Identität, die schafft Orientierung. Jeder, der in Wien oder in Graz einen Bus mit dem Burgenland-Logo sieht, der weiß, wo er hinfährt, den kann man zuordnen. Und eine Marke, die schafft auch Vertrauen. Private Interessenten und Markenbotschafter können sich auf der Subseite meinburgenland für einen Markennutzungsvertrag anmelden, um die rotgoldene Sonne auch auf ihren Produkten und Dienstleistungen scheinen zu lassen.